Wer uns hier auf dem Channel von Europart folgt, hat ja sicher mitbekommen, dass wir in dem vergangenen Jahr mit unserem Scania 77 in den USA waren. Genau für das Fahrzeug habe ich eine neue Kiste gebaut. Aber erstmal vorab waren wir ja auch in Afrika mit unserem 8x8 und haben in der Dakar Rally teilgenommen, auf der wir natürlich die kleinste, geilste Werkstatt der Welt mitgebracht haben. Für mich ist das geilste der Welt, ja immer wieder neue Kisten und Container bauen. Und genau aus dem Grund habe ich auch für den 77er einen neuen Kasten gebaut. Und zwar einen Ausstellungskasten, mit dem wir für Europart jetzt 75 Jahre Europart feiern. Und wenn bei uns Party angesagt ist, bringen wir natürlich unseren DJ-Container mit, den ich auch selber gebaut habe. Darüber hinaus eine Bar, die ich aus einem alten, abgewrackten 20-Fuß-Container gebaut habe, wo die Seiten aufklappen können und es natürlich auch eine echte Fassbier-Anlage gibt. Und unser neuer Showroom-Container ist irgendwie eine Ansage für sich. Er ist 18,20 Meter lang, ist aus Holz gebaut und eine Kiste, die ich mal wieder ganz alleine in Zusammenarbeit mit meinem guten Freund Sörn in Dänemark gebaut habe. Was sich da drin verbirgt, zeigen wir euch bald hier auf dem Channel. Aber wie gesagt, dreht sich hier jetzt alles um das 75-jährige Jubiläum von Europart. Und wir fangen genau hier in Hagen, wo die Geschichte von Europart eigentlich begann, an. Und zwar mit einer Riesenparty am Freitag und Samstag. Und damit die Jungs nicht verhungern, habe ich natürlich auch kurz mal eben auf die Schnelle auch einen Smoker-Container gebaut. Und mit diesem Mordsmodul von einem Showroom hinter unserem 77er geht es jetzt weiter, denn wir feiern mit Europart quer durch ganz Europa, Deutschland, Ungarn, Polen, Norddeutschland natürlich auch und dann Dänemark bis hoch in den hohen Norden von Schweden. Ich hoffe, man sieht sich bald wieder. Bleibt hier auf dem Channel, bleibt uns treu und dann könnt ihr mit uns auf Roadtour gehen, denn hier gibt es bald wieder ein neues Update von unserer Roadtour. Bis dann, viele liebe Grüße von mir und meinem kompletten Team. Moin aus Hagen. Moin aus Hagen. Moin aus Hagen. Moin aus Hagen.